Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Quick-Tipp und zwar wurde ich gefragt, ob ich euch mal ein paar Seiten zeigen kann, wo ihr Free-VST-Plugins und Effekts kriegen könnt. Jetzt habe ich euch vier Seiten rausgesucht, die möchte ich euch eben kurz vorstellen. Das erste ist bei delma.de unter Slash-Informationen und da haben wir hier ein paar schon aufgelistet. Ihr seht da schon Synthesizer, Drum Machines, Sampler und da sind die ganzen Free-VSTs. Eine sehr gute Seite, wie ich finde. Werde ich euch natürlich den Link in die Beschreibung posten. Die zweite Seite ist VST Planet, heißt sie und da gibt es eigentlich so alles, was das VST-Herz begehrt. Also alle möglichen VST-Plugins, die ihr euch hier frei herunterladen könnt. Dann gibt es die dritte Seite, das ist free-plugin-list.com. Da gibt es auch wieder viele VST-Plugins, verschiedene Sachen, Piano, Synthesizer und so weiter. Aber ihr seht schon, es ist viel für Windows, aber man kann hier auch wirklich nach macOS-Sachen suchen, wenn man jetzt speziell für Mac irgendwas haben möchte. Also auch eine sehr gute Seite. Die Plugins wurden übrigens alle bewertet, je nach verschiedenen Kritikpunkten. Und deswegen kann man sich da wirklich auch nur die besten Sachen raussuchen. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Seite. Das ist audio-mastermind.com. Da gibt es auch wieder verschiedene Plugins. Die sind nach Kategorien sortiert. Ihr seht das schon. Da gibt es wirklich alles von Piano über Delay, Echo, Sitter gibt es auch. Also für wirklich jeden ist da etwas dabei. Auch eine Orgel, verschiedene Mixer-Sachen, Keyboard-Effekte und so weiter. Gut, das waren kurz vier Seiten, wo ihr Free-VST-Plugins herbekommt. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und ich sage Peace, bis zum nächsten Mal.